Ja liebe Leute, die Technik macht vor nichts im Halt und nicht vor den Bauern. Die neuesten Geschichten, die es gibt, ist, dass auch bei den Traktoren Systeme nachgerüstet werden können, die totale Sicherheit rund um das Fahrzeug gewährleisten. Ja, die Idee von WayRay ist nicht etwa der Abstand vom Brett vor dem Kopf, sondern Sicherheit und Komfort. Hier an der CIS wird nicht nur ein Full-Color-System gezeigt, sondern auch ein System zum Nachrüsten. Für landwirtschaftliche Maschinen, für Züge, für Tram, alles Mögliche. Wir sind hier bei Greenmotion. Das ist eine Schweizer Firma, die zu 100% in der Schweiz produziert. Was die Greenmotion aus der Konkurrenz differenziert, ist das, dass wir alles in-house sind. Das gibt uns die Möglichkeit, uns zu adaptieren, an irgendwelchen Besuch im Markt oder an einem Klient spezifisch. Nimporte wo im ganzen Welt. Was wir hier sehen, ist etwas wahnsinnig Tolles, eine Ladestation für Flugzeuge. Jetzt weiss ich endlich, wo ich meine zwei Flugzeuge zuhause laden kann. So eines muss ich haben. Nein, Spass beiseite, es ist eine Ladestation. Vor allem in Amerika wird es auf allen Flughäfen kommen. Und der Kleiner und der Größerer wird die Flugzeuge elektrisch werden. In der Schweiz, hier oben, fliegt schon eines rum. Es kommt erstens ein zweites. Und das ist die Zukunft. Ja, das ist ein richtig schönes, grosses Fahrzeug für Jura. Leider ein wenig gross für die Stadt reinzufahren. Aber eben, die letzte Mail. Dafür haben wir andere Fahrzeuge. Ja. 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 Vielen Dank.